Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19. Oh mein Gott, wie lange ist das jetzt her? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich sag mal, Zeitproblem, Motivationsproblem. Mein Motivationsproblem besteht inzwischen im Moment eigentlich darin, dass ich mir selber zu viel Druck mache, dass ich Videos machen muss und dann keine Lust habe. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Deswegen, wir haben Samstagabend, 10.08 Uhr, Kinder schlafen, Frau unterwegs. Da habe ich gedacht, jetzt könntest du auch mal aufnehmen. Das machen wir jetzt auch mal, ne? Okay, würde ich sagen, wir spielen das Halbfinale gegen Paris FC. Keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Muss ich ganz ehrlich sagen? Wüsste ich nicht. Deutsche Französische Liga? Keine Ahnung. Mir hat es bisher noch keiner gesagt. Mir sagt dieser Vereinsname auch gar nichts. Aber, wir gucken mal, was Wikipedia dazu sagt. Dann Paris FC. Und wir lesen. Nicht zu verwechseln mit dem FC Paris, der super ein Rugby Verein ist. Liegenzubehörigkeit. Gucken wir mal. In der Ligue 2. Und die Ligue 2 dürfte die dritte Liga sein. Ne, zweit höchstes Spiel. Ich dachte, die haben die... Oben die Oberklasse, dann die Ligue 1 und die Ligue 2. Hey, bei irgendjemandem war das doch so. Egal. Ja, ich würde sagen, hauen wir einfach rein. Ich will euch hier gar nicht zulauern. Wir wollen spielen. Wir wollen sehen. Let's go. Können wir das so weitergehen? Also können wir so weiterspielen? Ich glaube schon. Mal gucken. Ja, wir könnten, glaube ich... Albeck für Fechner mal setzen. Und Spalvis ist ja, glaube ich, verletzt. Ja. Nimm mal verletzt. Wow. Dann können wir die auch nehmen. Ja. Man muss Ruth eben mal seinen Hut nehmen. Ha, ha, ha. So. Äh, no. Gut. Wir haben übrigens noch eine Neuigkeit. Und zwar, äh... Keine Ahnung, ob man es jetzt schon sehen kann. Ob man es bei FIFA überhaupt sehen kann. Wir spielen jetzt auf der Xbox One X. Die ich mir vor... ...ner Woche, glaube ich, zugelegt habe. Keine Ahnung, wann. Ich hoffe, ihr hört hier gerade keinen doppelten Ton. Denn ich höre doppelten Ton. Ich muss jetzt einfach mal ganz schnell den Ton ändern in... ...zack. Ich habe den Ton noch auf Speakers stehen worden bei mir am Mac. Das hörte sich komisch doppelt an. Nein. Hörte sich gar nicht mehr an. Das war das Problem. Ich habe mich gar nichts mehr gehört, so. Leider nicht doppelt, sondern einfach nur... ...kommisch. ...wie es euch geht. Ich hoffe, wenn ihr einschaltet, dann wollt ihr auch... ...lautern sehen. Fände ich zumindest cool. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, weil ihr zum Beispiel gerade... ...lautern sehen wollt. Oder... ...ja, so viel anderes habe ich ja gar nicht eigentlich. Ich habe noch Titanfall. Eine kleine Exkursion. Und was hätte ich noch? Eine Folge Firewatch, wo wir unbedingt weitermachen müssen. Aber genau da ist das Problem. Müssen. Ich will nicht weitermachen müssen. Ich will das freiwillig machen. Ich will den Spaß dabei haben. Ich will niemandem Rechenschaft schuldig sein. Ich verdiene hiermit kein Geld. Ich bin hier eigentlich nur der Hampel von nebenan. Gut, aber jetzt lass uns mal aufs... ...auf das Spiel konzentrieren. Wir wollen ja schließlich ins Finale einziehen. Oh, das kann der Pass. Na, wer noch? Florian Dick. Und Fehlpass. Ja, ich habe schon Glück gehabt. Der erste Eckball für Paris. Oh, ich habe noch mal Glück gehabt. Das war wirklich Glück. So, Entschuldigung. Ich muss hier mal gerade... ...nein den Tisch rücken. Damit ich, glaube ich, besser ins Mikro reden kann. Oh, Leute. Was für Pässe sind das? Ja, genau. Genau solche Scheißpässe sind es. Jetzt dürfte er, glaube ich, keine Ecke geben. Nein. So, haben wir Enow wieder. Und Kevin Krauss. Oh, dann gehen wir mal ein bisschen mit Kevin. Oh, Mann. Klappt aber auch hier auch nix. Matthias Sammer sieht auch sehr grimmig aus heute. Man könnte ihn auch den jungen Matthias Sammer nennen. Und Eckball für Paris. Schön, Franz Evers. Kommt, Jungs. Mal, ist voran. Mal, ist voran. Guck mal, ey. Was soll das? Nein. Nein. Ich will doch nur die Taktik ändern, Leute. So. Das könnte jetzt mal was werden. Mit Limmans Rögen. Aber wir wollten ihn nur noch Rögen nennen, ne? Egal. Aber es geht immer in Richtung Arisator. Oh, ja, super. Nochmal toll. Kämpft man sich hart im Ball. Da muss man schon wieder zittern. So, Christian Kühnwetter. Komm, auf geht's nochmal. Ja, lass mir doch einfach mal den Ball abnehmen, du Horst. Nix, Christian. Horst. Lass uns mal ein bisschen, mach mal ein bisschen doof. Hey, selbst da machen die fast noch einen, einen Fehlpass. Ich check es nicht. Ich weiß, wie ich sage, wenn du sie so vorne nicht reinmachst, kriegst du sie hinten. Nein. Aber ich denke mal, das Thema wird sich jetzt gleich erledigt haben, wenn Paris weiter so drückt. Schön fand sie was. Oh. Ab, mit Schrankkontrolle. Ey, jetzt müssen wir doch eigentlich volle Karte nach vorne. Und was ist? Nuckels. Nuckels. Es passiert nix. Mit X. Harmloses. Schönes Ding. So. Und damit gehen wir 0 zu 0 in die Pause. Mal abwarten, was danach noch passiert. Also jetzt in der zweiten Halbzeit. Sieht man eigentlich, dass das schöner ist? Oder sieht man das jetzt eher nicht? Merkt man da irgendwas von? Das ist jetzt One Access? Dass es jetzt besser, schneller, cooler läuft? Ich bin zu sehr auf das Spiel konzentriert, beziehungsweise aufs Reden, als dass ich irgendwie was daran erkennen würde im Moment. Boah. Boah. Hätte auch nur v-werden können. Na? Na, die falsche Entscheidung. Und dann flanken wir mal rein. Aber da funktioniert nix. Boah. Löw war's. Der gute alte Löw. Nein. Ach man. Nein. 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 Ach man. So, Auswechslung. So, was wollen wir denn hier machen? Offensiv-Taktik. Vorstellungsseiten. Offensive Außenverteidiger. Zusätzlich Stürmer. Nein, will ich alles nicht. Ich will doch nur mein Pressing wieder haben. Uh, das dürfte aber den ersten Eckball geben. Wer war das? Kühlwetter. Aber den Mann haben wir gehofft, der bringt die Wände. Nee. Schade. Aber jetzt können wir mal auswechseln. Dann nehmen wir Piada raus. Himlein rein. So, was machen wir denn hier? Ich würde am liebsten Bergmann für Kühlwetter und den mit Arlbeck tauschen. Und dann gucken wir mal gleich, machen wir noch was. So, gucken wir mal. Haben wir ein Glück, dass die zu blöd sind zu treffen im Moment. Da soll der doch gar nicht hin. so, dann sagen wir mal weg. Wer verliert den Ball. Und Eckball. Nee, noch nicht. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass ein Lautra als letztes dran war. Ja, mein Gott, Fiefer. Ja, mein Gott, Fiefer. Komm, mach ihn rein, mach ihn rein, mach ihn rein. Nein. Oh, ist voll wiss. Ja, wunderbar. Ich bin gespannt, wie sie mir da verletzt haben. Gucken wir mal. Spiveys. Nee, Spiveys. Du bleibst noch drin. Von dir erwarte ich jetzt das 1-0. Zumindest erwarte ich eine Beteiligung an dem Tor. Ich lasse es doch nicht mit nach hinten kommen. Bin ich ein bisschen zu schulen. War das schon wieder Ecke oder war das nur zu blöd? War das nur zu blöd. Ich bin Eckenparanoid, glaube ich. Nein. Was haben wir hier? Ja, komm. Lö war gut. Können wir mal tauschen. Noch mal ein bisschen frischen Wind auf die letzte Sekunde. Ja, okay. Es gibt Verlängerung. Oh mein Gott. Ich wollte zwei Erfolgen aufnehmen. Jetzt habe ich nur eine. Toll. Ach, direkt Elfmeterschützen. Ach du Scheiße. Ja. Machen wir so. Das gibt jetzt keinen. Da erscheinen wir aus. Da erscheinen wir aus. Ach, sie war's. Ja. Das war, glaube ich, Thiele, ne? Das war Zuck. Scheiße. Ja, verarscht. Kühlwetter. Da habe ich zumindest. Und dann, was soll er machen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß. Was ist das? Das war's. halten können schön schön von Rallweg ja Pokalheld Vorbereitungsheld Sievers so chippen darfst du auch nicht Yay Perfektionist wollte ich immer mal nicht haben Wow ein zusätzliches Transferbudget von Geld Hey Chef Kann ich was fragen? Ja Kannste Folge ist jetzt vorbei eine Pressekonferenz und dann sagen wir ab dafür Ja Wir loben die Spieler natürlich in den Klee über den Klee Ach ihr wisst schon was ich meine Ja Also was ich eigentlich gesagt haben wollte ist Jo Das war es dann erstmal und mal gucken vielleicht nehme ich jetzt gleich noch die zweite Folge auf Ich würde sagen vielen Dank fürs Zusehen vergesst nicht liken, abonnieren, kommentieren egal wenn ihr irgendwas schon gemacht habt macht noch die anderen beiden Dinge auf jeden Fall und ja Bis zum nächsten Mal Machts gut Bis dann Ciao Ciao